Dekan Andreas Kloth, am kommenden Dienstag wird hier der Sarkophag geöffnet. Was genau erwartet uns denn dann? Uns erwartet zunächst ein spannender wissenschaftlicher Akt. Wissenschaftler in Ganzkörperanzügen, ganz, ganz viele um einen alten Sarkophag. Ein Kran der Dombauhütte, der dann diesen 700 Kilogramm schweren Sarkophagdeckel anhebt. Und dann können wir reinschauen. Sie haben eine kleine Vermutung, was sich unter dem Deckel befinden könnte. Wir vermuten, dass dort der Nachfolger von Erzbischof Williges namens Erkambald oder englisch ausgesprochen Archibald liegt. Und dann hätten wir einen wirklichen definitiven Beweis, dass hier der alte Dom ist, bevor drüben der Dom eingeweiht wurde. Und wir wüssten ganz, ganz definitiv, in Mainz gibt es zwei Dome. Gibt es die Möglichkeit, dass nichts im Sarkophag liegt? Die Möglichkeit, dass nichts im Sarkophag liegt, halte ich für unwahrscheinlich. Auch wenn sie natürlich nicht ganz auszuschliessen ist, weil wir noch nicht reinsehen. Aber einen solchen Aufwand zu tätigen, war damals schon groß. Und das macht irgendwie einfach keinen Sinn, dann zu denken, wir machen mal einen Sarkophag rein, Deckel drauf und gut ist. Letztlich ist Erkambald der einzige, der in der Kathedrale bestattet wurde, bevor der heutige Dom St. Martin eingeweiht wurde, 1036. Da die Gestaltung des Sarkophagdeckels so ausschaut, wie andere Bischofssarkophagdeckel auch, liegt dann dieser quasi formale Bezug sehr nahe. Sie wollten eigentlich gar nicht hier so einen großen Aufriss machen, wie man jetzt hier sieht. Sie hatten angefangen, die Heizung zu renovieren vor sechs Jahren. Ja, die Heizung war eben stark erneuerungsbedürftig. Aber wie das mit Heizung so ist, dann gibt es Rohre und alles unter Putz, alles im Keller. Wenn Sie da anfangen und dann auch, weil wir hier natürlich wussten, wir sind an einem besonderen Ort, noch mal einen Archäologen und Forscher hinzuziehen, dann weckt das natürlich die Neugier. Und Sie sehen ja, was aus unserer Neugier geworden ist. Wir haben mittlerweile, wie ich das nenne, eine historisch informierte Kirche hier. Großer Höhepunkt jetzt am kommenden Dienstag. Sind Sie aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Ich schlafe zwar noch gut, aber ich bin sehr aufgeregt. Erstens über das, was wir finden, aber einfach, dass wir das so tun können, dass man das miterleben darf, das finde ich klasse. Vielen Dank.